Kunst aus dem Jahr 1980. 40 Jahre ist dieses Bild. Jetzt muss ich noch mal umdrehen. Lieber Zuschauer und auch Menschen. Das ist käuflich zu erwerben. Das kann man sich kaufen, könnte man sich kaufen. Wo ist denn jetzt mein Meterstab? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich finde ihn wieder nicht. Ah ja, da ist er ja. Da ist er ja. Eine Kunst. Eine Kunst. Kunst machen ist das wirklich eine feine Sache. Also das Bild ist, schau her, so groß im Vergleich zu meinem Kopf so. Irgendwie muss man es messen. Und weil ich euch verraten will, das Bild ist käuflich zu erwerben, das Original. Das ist 28 cm breit. Und mit, also mit inklusiv Rahmen. Und 23,5 cm hoch. So da, 23,28 cm. So, schauen wir mal her. Und kostet die Quante. Kosten, ja. Ja. Ich sag mal 500 Euro. Hm. Du sagst, das ist teuer. Aber das hat viel Arbeit, schau. Ja. Das ist nämlich mit Öl auf Holz. Das ist Acryl. Öl auf Holz. Und hier ist Blattsilber. Das ist gut oxidiert. Schau mal. Ja, lieber. Ja, lieber. Ja, lieber Kunst. Interessent. Lieber Fazienburg, Freund. Lieber Fazienburg, Freund. Neлох. Ja, lieber so. Ja, lieber so. Blaub сам ello. Du gehst mit warm und�데, ihr hört mich ein Tipp,